Guten Morgen! Ja, ich dachte mir, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit durch unseren Alltag. Eigentlich ist es kein normaler Alltag, weil heute ist eine Halloween-Party, eine Kinder-Halloween-Party. Da habe ich euch letztes Jahr ja auch schon mitgenommen und ich dachte mir vielleicht, ja, habt ihr Lust dann dieses Mal wieder mitzugucken, wie ich das ja alles vorbereite. Also es kommt ja jetzt erst nach Halloween, deswegen könnt ihr euch für dieses Jahr jetzt nicht irgendwie abgucken oder so. Aber ich wollte ein Rezept mal ausprobieren, ein neues Rezept, das ist ein Nudelsalat. Und wenn der lecker ist, werde ich den euch auch unten in die Infobox verlinken. Ja, und einfach so wollte ich euch den Tag mit über mitnehmen. Ja, ich gucke, dass ich jetzt ganz schnell hier aufräume, das ganz normale, was halt hier gemacht wird, damit es aufgeräumt ist. Und dann wollte ich alles vorbereiten, draußen ein bisschen schmücken, aber nur so ein bisschen das Essen vorbereiten, mich fertig machen. Ich bin noch ganz leicht erkältet jetzt, aber auch nur so ein bisschen, das ist jetzt nicht, dass ich absagen müsste, weil ich jetzt sonst mega ansteckend wäre oder so, aber meine Stimme ist irgendwie... Also viele von euch feiern das ja gar nicht und wir feiern jetzt auch nicht Halloween, dass wir sagen, yeah, Halloween verkleiden, Zombies, Monster und sowas, sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich das total toll finde, dass man, ja, also wir feiern Karneval jetzt nicht großartig, außer dass die Kinder sich dann verkleiden und dann so in den Kindergarten gehen. Bei uns ist das jetzt Tradition eigentlich, seitdem wir Leon haben und das erste Mal auf eine Halloween-Party eingeladen waren, dass wir jetzt eine machen, das ist eigentlich erst die zweite, also es fängt an, eine Tradition zu werden. Ich finde es einfach nur schön, dass man so beisammen ist. Die Kinder sind, die freuen sich über jede Party, die man veranstaltet. Alleine, wenn man das Wort Party in den Mund nimmt, finden die Kinder das toll. Es sind sehr viele eingeladen, Dennis hat sich darum gekümmert und irgendwie hat er total vergessen, dass sie auch alle Geschwister haben und dann fanden die Eltern das auch so toll und die wollen dann jetzt auch mitkommen, alle. Deswegen wird es halt etwas größere Party, aber es geht einfach nur darum, dass man schön beisammen sitzt, was ist. Die Kinder, die spielen ein bisschen, man hat einfach Grund, sich zu treffen, genau. Und anschließend gehen wir dann hier einmal um die Häuser und schellen an und betteln nach Süßes, sonst gibt es Saures. Und das machen die Nachbarn hier eigentlich ganz gut mit. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, dass als wir hier eingezogen sind, haben die hier angeschält bei uns und wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Wir hatten keine Süßigkeiten, außer so eine angefangene Schokolade hatten wir, sonst hatten wir nichts. Und deswegen haben wir einfach die Tür nicht aufgemacht. Und es wurde immer wieder angeschält, weil die konnten uns durch diese kleine Scheibe, die wir da vorne haben, konnten die uns sehen. Und wir haben einfach nicht aufgemacht, wir hatten halt auch noch keine Kinder. Und man hat gesagt, was wollen die hier? Süßigkeiten, die sollen sich selbst welche kaufen. Also wir haben das auch gar nicht verstanden, warum man das macht und sowas, weil wir vorher auch in der vierten Etage gewohnt haben, da hat natürlich keiner angestellt. Aber hier machen die Kinder das und ich finde das total süß. Es ist noch ein bisschen unaufgeräumt, ich wollte den Müll jetzt erstmal wegbringen. Und hier sind schon ein paar Sachen, die wir heute auf jeden Fall noch brauchen. Das ist die Deko, die Halloween-Deko, die ich habe. Das ist immer nur so eine kleine Packung, also es ist jetzt nicht so viel, was ich an Halloween-Deko habe. Und dann habe ich noch überall nach Tellern gesucht, aber irgendwo, irgendwie gab es die nirgendwo. Jetzt habe ich so ein 50er-Vortiert bei Amazon bestellt, für nächstes Jahr haben wir dann auch welche. Dann habe ich noch so ein Deko-Set für Halloween bestellt. Da hat der Dennis mir das alles gestern aufgeblasen. Da oben ist noch eine Fledermaus. Dann haben wir hier ein paar Städtische, weil wie gesagt, das kommen ein paar mehr Leute. Dann werde ich wieder, wie bei den anderen Kinderpartys, auch die Tische, diese Lacktische, aneinander kleben und die dann aufbauen für die Kinder mit den Hockern. Dann habe ich hier noch die Süßigkeiten für die Kinder, die anschellen werden. Die sind für uns. Dann für den Salat alles. Servietten habe ich leider auch keine Halloween-Servietten mehr bekommen. Und dann haben wir zum ersten Mal ein Hot-Doc-Party-Paket von Ikea gekauft. Das sind 32 Hot-Docs, also einmal 32 Hot-Doc-Brötchen. Die sind eingefroren. Ich muss mal gucken, ob ich die vorher rausholen muss. Oder ob ich die eingefroren dann in den Backofen packen kann. Ich weiß das gar nicht. Ja, und dann die Würstchen, die sind alle im Kühlschrank. Dann ist hier eine Tube Ketchup. Eine Tube Sents. Oder so eine Flasche, besser gesagt. Dann die Gurken, die Röstzwiebeln. Und die Hot-Doc-Taschen von Ikea. Ja, hätte ich besonders viel Zeit, dann würde ich das Ikea-Logo überkleben mit irgendeinem Halloween-Logo. Aber habe ich jetzt nicht. Ich war jetzt die letzten Tage etwas erkältet. Da hatte ich jetzt leider nicht so viel Zeit dafür. Und dann noch Monster Capri Sonnen. Das ist hier Leon und sein Kostüm. Das habe ich bei H&M bestellt. Das ist eigentlich nur ein Joggin-Anzug. Ich finde das ganz gut, weil das kann er dann zu Hause weiterhin auch noch anziehen. Und dieses Kostüm speziell, das ist einfach viel zu dünn. Ja, und dazu dann halt noch eine passende Hose. Ich muss jetzt nur einmal schauen, dass ich das kleine Lego-Gedöns hier oben, dass ich das einmal wegräume. Hier sind immer seine Lego-Sachen drin, die dann kaputt gegangen sind, damit Dennis das wieder aufbauen kann. Es kommen nachher so viele Kinder. Und alle spielen sie dann damit, dann geht was kaputt und das geht dann verloren. Mir ist das eigentlich total egal, aber Dennis legt da sehr viel Wert drauf, dass das dann wegkommt. Das kann aber ruhig hier bleiben. Das geht eigentlich nicht kaputt. Aber hier das hier. Und das geht eigentlich auch nicht kaputt. Hier ist auch noch so klein gedöns drin. Alles andere kann bleiben. Also diese großen Lego-Steine und sowas. Das packe ich jetzt hier einfach in den Schrank von Ben und Jona und hier rein. Und hier ist auch das Kostüm von den beiden voll süß. Das habe ich bei Wollwut gekauft für 4,99 Euro. Das ist einfach so zum drüberziehen. Ich kann dann ihren Wollwalk-Overall anziehen und dann ziehen wir das nur so drüber. Hier ist so ein bisschen wattiert, damit das dicker ist. Und das sind hier die passenden Mützen. Das ist so süß. Nur leider haben die nicht gepasst, weil die so einen großen Kopf haben. Deswegen habe ich das einmal durchgeschnitten. Das passt dann super. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das ausfransen würde. Vielleicht werde ich das dann später noch nachträglich mit der Overlock oder mit der Nähmaschine einmal versäubern. Und dann geht das eigentlich. Ja, das kriegen die beiden einfach so drüber. Ich habe auch was. Ich zeige euch das mal. Guten Tag. Ich habe das hier gestern bei Wollwut entdeckt. Eigentlich wollte ich mich gar nicht verkleiden. Ich hätte mir hier ein Kleid angezogen und meinen Hexenhut und das wäre es dann. Aber ich habe das gesehen für 5,99 Euro. Das ist einfach so ein Kleid. Ich werde eine Strumpfhose darunter anziehen. Das geht also bis hier unten hin. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, mein Gesicht anzumalen. Mal schauen. Aber ja, dann habe ich wenigstens auch was. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ich habe meine Hands on your body. So tell me, tell me what you want me to do. Ich kann be good or be naughty. Because there ain't nobody love you like I, like I do. Like I do, 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 like I do. Like I do, 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 like Untertitelung des ZDF, 2020 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 Benni, gehst du bitte da runter? Danke. So, wir sind fertig mit der Party. Wir haben jetzt alles aufgeräumt. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Saug wischen. Die Kinder sind jetzt immer noch alle wach, aber das ist jetzt eine Ausnahmesituation und die haben so viel Süßigkeiten in Intus. Die würden jetzt ewig schlafen. Ich bin total fertig. Am besten würde ich jetzt einfach ins Bett gehen, aber ich kann nicht. Die Kinder schlafen alle, denn es ist unten Fernsehen am Gucken. Und ich muss jetzt noch schnell diese Sektgläser fertig machen. Ich habe meiner Freundin das versprochen zu ihrem Junggesellenabschied. Das habe ich euch ja in dem letzten Vlog gesagt. Mein Gott, Moment. Ich mache mal eben das Licht an. Das untere Paket ist fertig und ein Glas von den anderen Paketen ist auch schon fertig. Den Rest muss ich jetzt machen. Ich habe das schon alles ausgeplottet. Mir fehlen immer die ganzen I-Punkte. Die verschluckt mein Plotter immer, also das Messer. Und da habe ich nochmal so ein paar I's ausgeplottet und dann kann ich das jetzt alles noch schnell mal da draufplotten. Ich habe auf Instagram auch schon mal ganz kurz gezeigt, wie ich das mache. Ich mache das hier, die Sektgläser mache ich einfach mit Glasreiniger sauber, dass der Schmutzfilm, Fettfilm, was auch immer da gerade dran haftet, Staub oder so, einmal abkommt. Am besten ist aber Aceton. Ich habe gelesen, das soll besser sein. Habe ich leider nicht, deswegen nehme ich das. Das geht auch. Was auch immer ganz wichtig ist, dass die Trägerfolie nicht allzu doll klebt. Und am Anfang klebt die mega doll. Deswegen nehme ich dann immer ein Geschirrhandtuch oder meine Kleidung und klebe das da ein paar Mal drauf, dass das schön flusig ist und nicht mehr ganz so gut klebt, aber immer noch gut genug, um das dann aufzunehmen. Ich fange nochmal an. Ich habe mir ein paar After Aids mit hochgenommen und habe mir einmal einen Durstlöscher hochgenommen. Und dann meinten wir jetzt hier noch ein bisschen gemütlich und entspanne ein bisschen. Denn viele sagen immer, oh mein Gott, wie schaffst du das denn alles? Aber mir macht es Spaß. Andere gucken Fernsehen. Jetzt Dennis zum Beispiel. Der guckt seine Serie, die ich halt momentan nicht gucken möchte. Und ja, so schaltet er kurz ab. Und wir haben uns ja den ganzen Tag heute gesehen oder den ganzen Nachmittag. Und ich schalte dann halt so ab und höre mir jetzt noch so was Schnulziges an und komme dabei runter. Manchmal höre ich mir auch noch so ein Hörbuch an. Mir macht das total Spaß. Ich habe gerade meine ganzen Instagram-Nachrichten gecheckt. Und da war eine Nachricht von dem Lieferanten, wo ich immer meine Plotterfolie bestelle. Und zwar habe ich die verlinkt, als ich gestern, das liegt immer noch alles auf dem Boden, als ich gestern den Folien-Hall gemacht habe. Aber ich brauche die Folie jetzt. Und danach packe ich die weg. Und da habe ich die verlinkt, weil ich halt sagen wollte, wo ich die gekauft habe. Weil ganz, ganz viele auch immer fragen, wo ich meine Folie bestelle. Und jetzt haben die mich angeschrieben und gesagt, dass ich mir gerne für meine nächste Bestellung einen Gutschein abholen kann. Also wenn ich den dann nochmal schreibe. Voll cool, das mache ich dann nachher erstmal. Ich habe mich voll gefreut. Ich finde, man freut sich immer mega über Kooperationen, wo man halt eh schon immer was kauft oder was macht. Finde ich ganz gut. Aber der hat jetzt nichts von Kooperationen gesagt. Der hat jetzt eigentlich nur gesagt, ich kann mir einen Gutschein abholen. Ich wollte eigentlich auch den Strampler nähen. Ich habe mich so darauf gefreut, diesen Strampler zu nähen. Ich habe da alles super hingelegt, dass ich direkt anfangen kann. Habe auch schon, habe ich euch glaube ich gesagt, habe alles schon eingefädelt. Habe mir hier den Strampler, oh mein Gott, ich glaube das ist die Größe 50. Das habe ich ja für Ben und Jonas, aber ich glaube den hatte der Ben immer an. Habe ich das genäht in der Größe 50. Und ich wollte mir das einfach mal angucken, wie ich das so vernäht habe. Und die kommt danach wieder in die Erinnerungsbox. Das war mein erster Strampler für die Kinder, also für Ben und Jonas, den ich genäht habe. Und man sieht ja, der ist etwas kleiner. Das ist Größe 50 und ich habe hier die 56 zurecht geschnitten. Und ich freue mich da total drauf. Und im Nachhinein habe ich mich voll geärgert, dass ich nicht, also das ist ja der Innenstoff. Das geht ja dann auch nur bis hier hin. Da habe ich mich geärgert, dass ich das nicht so gemacht habe, dass ich ja diesen oberen Teil hier dran nähe. Und dazwischen dann so eine schöne Spitze, so eine weiße Spitze nehme. Aber ich habe jetzt keine Spitze und ich brauche das ja am Sonntag. Ich werde euch dann am Ende noch zeigen, wie ich die Gläser fertig mache. Und vielleicht füge ich euch dann noch ein Bild mit ein oder so, wie das dann auf dem Junggesellenabschied mit der Deko und so aussah, wenn ich das zeitlich noch schaffe. Dann werde ich mich jetzt aber von euch verabschieden. Aber wir machen die Gläser gleich noch zusammen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Liebe bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020